Musik Während unseres Aufenthalts an der Mittelmeerküste bei Kema nehmen wir an einer Jeep Safari teil. Das Besondere bei diesem Abenteuer besteht darin, dass man den Jeep selbst fahren muss. Dabei ist viel fahrerisches Können gefragt und der Fahrer muss all seinen Mut beweisen. Zehn geländegängige Fahrzeuge stehen zur Verfügung. Wir nehmen aber im Führungsauto Platz, um das ganze Spektakel filmen zu können. Nachdem alle Teilnehmer ihre Fahrzeuge bestiegen haben, setzt sich die Kolonne in Bewegung. Musik Gleich zu Beginn der Fahrt werde ich Paparazzi genannt. Was soll das? Ich möchte doch das ganze Geschehen nur auf Video festhalten. Wegen meiner intensiven Filmarbeit muss ich mir diesen ominösen Titel während der ganzen Fahrt immer wieder anhören. Musik Um die wildromantische Gebirgswelt des Taus kennenzulernen, legen wir zahlreiche Stops ein. Besonders beeindruckend sind die reisenden Flüsse, die aus den Bergen mit großem Getöse herunterstürzen. Musik Jetzt kommt noch ein Auto vor. Musik Abseits der gewohnten Straßen fahren wir in die Gebirgswelt hinein. Musik Es ist ein Erlebnis der besonderen Art. Schmale, holfernde Wege, staubige Piesten und zum Teil abenteuerliche Strecken stehen uns bevor. Die langgestreckten Bergketten des Taus, die das Hinterland der Mittelmeerküste prägen, bestehen in diesem Gebiet hauptsächlich aus porösem Kaltgestein, das auf den geröllhaltigen Fahrwegen immer wieder aufgewirbelt wird. Die Staubentwicklung während der Fahrt ist enorm. Um Fahrer und Technik zu schonen und die schöne Aussicht genießen zu können, sind genügend Pausen eingeplant. Alle Teilnehmer der Fahrt nutzen diese Gelegenheit auch zum Fotografieren. Wir fahren durch ein Gebiet, in das uns kein Autobus bringen könnte. Nur geländegängige Fahrzeuge sind in der Lage, diese zum Teil engen in die Bergwand eingelassenen Wege zu bezwingen. Nach längerer und häufiger Fahrt erreichen wir ein einsames Gehöft. Der Bergbauer und seine Frau haben sich auf Touristen eingestellt und erwarten uns schon. Dieses Gehöft ist nicht an das Stromnetz angeschlossen und eine Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs kaum möglich. Die benötigten Nahrungsmittel für das Mittagessen haben die Veranstalter deshalb mitgebracht. Die Frau des Bergbauern möchte ihre Kochkünste beweisen und ein schmackhaftes Essen servieren. Die Kartoffeln und das Gemüse müssen aber noch geschält und geputzt werden. Obwohl es dabei einige Helfer gibt, wird das wohl noch eine Stunde dauern. Die Zubereitungen sind im vollen Gange. Endlich ist es soweit. Die Fahrt hat uns hungrig gemacht und alle freuen sich auf das Mittagessen. Das mit viel Liebe angerichtete Buffet erstaunt uns sehr. Unter diesen professorischen Bedingungen haben wir so ein Essen nicht erwartet. Gestärkt und ausgeruht verlassen wir den Bauernhof. Alle Safari-Teilnehmer sind bei prächtiger Stimmung und die Fahrer wohl auf. Das ist besonders wichtig, denn die Männer am Lenkrad benötigen für diese Strecke eine gute Kondition. Eine Jeep Safari, an der 10 Autos und 40 Personen teilnehmen, erfordert eine gute Organisation und Vorbereitung. Vier Begleiter und ein Motorradfahrer betreuen während der abenteuerlichen Fahrt die Kolonne. Die allradbetriebenen Autos sind auf den holprigen Strecken einer großen Belastung ausgesetzt. Der Ausfall nur eines Fahrzeugs könnte das ganze Unternehmen gefährden. Die Kolonne bleibt dicht beieinander und bis jetzt gab es zum Glück noch keine Panne. Der aufgewirbelte Staub ist enorm und belastet vor allem die hinter uns fahrenden Jeeps. Wir im Führungsauto sind davon nicht so betroffen. Da hilft aber kein Jammer. Wer sich auf so eine Jeep Safari einlässt, sollte wissen, dass man dabei eine abenteuerliche Tour unternimmt. Auf relativ gut ausgebauten Fahrwegen bezwingen wir einen 1500 Meter hohen Pass, der einen weiten Blick in die Berge des Taurus ermöglicht. Ab und zu werden Stops eingelegt, um die letzten Fahrzeuge herankommen zu lassen. Auf der letzten Runde in die Kupfer hingegen, um die Kupfer zu verraten und unten. Auf der nächsten Runde in die Kupfer um die Kupfer. Es wird auch nicht geplant, um die Kupfer im Spiel zu verraten. Jetzt legen wir eine Pause ein. Sie dient vor allem zur Kontrolle der Fahrzeugtechnik. Für uns bleibt inzwischen genügend Zeit, ein Teehaus zu besuchen. Nach der Tee-Pause fahren wir wieder in die wilde Bergwelt des Tauros hinein. Der Platz im Führungsauto entspricht voll meinen Ambitionen. Man hat einen guten Überblick und das ganze Geschehen lässt sich von den hinteren Sitzen gut filmen. Leider besteht auch die Gefahr, dass die empfindliche Kameratechnik durch die Staubentwicklung Schaden nimmt. Den Begleitern der Safari bereitet es große Freude, bei schwierigen Wegstrecken in unsere beklemmenden Gesichter zu schauen. Um den Spaß dieser Männer noch zu erhöhen, werden wir einen Steilhang hinuntergejagt. Eine Prüfung der besonderen Art. Die��pe sind die technological ilham UX. Die 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 Paparazzi! Einen Serbendienen, artige und kurvenreiche Strecke ist in der Nähe von Paparazzi. Die Moschee führt talwärts wieder in die Küstenregion. Es ist eine relativ gut ausgebaute Straße, die auch von LKWs benutzt werden kann. Eine Moschee am Straßenrand weckt unser Interesse. Obwohl es schon spät ist, bleibt noch genügend Zeit für eine Besichtigung. Die Moschee darf von Touristen besichtigt werden. Diese Möglichkeit nutzen wir und bitten um eine kleine Führung. Beim Betreten des Gotteshauses sind die islamischen Sitten und Gebräuke zu respektieren. Ein besonderes Augenmerk gilt den Frauen, denen nur mit Kopftuch Einlass gewährt wird. Auf diese Weise gekleidet und ohne Schuhwerk dürfen wir den Gebetsraum betreten. Mit diesen Erläuterungen über die Gebetsformen und Rituale der Muslime entsteht unter uns Safari-Teilnehmern ein reger Gedankenaustausch, der letztendlich von Toleranz zu anderen Kulturen geprägt ist. Mit der Talfahrt an die Mittelmeerküste geht unsere Jeep Safari langsam zu Ende. Es war ein anstrengender und erlebnisreicher Tag. Wer bei hoher Staubentwicklung kräftig durchgeschüttelt werden möchte und bereit ist, bis in die tiefsten Poren verschmutzt zu werden, für den ist die Fahrt in den Taurus das größte Erlebnis. Und nun zum Abschluss der Ritterschlag, eine reife Prüfung für alle Teilnehmer der Jeeps-Erfahrung. Untertitelung des ZDF, 2020 und zum Abschluss des ZDF, 2020 und zum Abschluss des ZDF, 2020